Und dann kommt da, ach hier ist auch noch nichts drin, ach da ist noch nichts drin, ne dann kommt doch da der Sand rein, ist doch viel besser, dann kommt da, und so, Zeug, Sand. Und, ja sorry, dass das hier jetzt gerade so ein bisschen, na weiß ich nicht, nervig ist vielleicht, aber sowas muss gemacht werden. Natürlich. Mir macht's auch gerade keinen Spaß. Aber ist ja gleich vorbei, ich bin jetzt ja auch mit der U-Bahn fertig, dann geht das. Wie nennt man denn Werkzeug, Werkzeug, und da unten Glas. Glas, so, ach hab ich schon rausgeholt. Glas sieht in dem Texture Pack aus, also meine Craft immer noch, äh, wie, äh, Spawner, find ich. Ich hasse es, äh, wenn Glas Texturen nicht komplett durchsichtig sind, also so, also oder fast komplett durchsichtig, das kann ich gar nicht haben. Ich find, ja ich find, Glas muss wie so ne richtige Glasscheibe einfach nur frei sein. Nja, jein. Also es kommt drauf an, ich find, ich find's immer besser, wenn da noch so Querschreben zwischen sind, aber ganz dünne, so kaum sehe sichtbare, die nicht nerven, aber dass man sieht, dass da Glas ist. Vor allem mit Connected Textures. Ja. Ganz wichtig. Ja, find ich zum Beispiel nicht. Also für mich, äh, ich hab auch kein Problem damit, so ganz große Glasflächen dann, dass es wirklich, dass man das Glas kaum sieht. Das find ich persönlich besser. Ne, find ich doof. Ja. Find ich doof. Mag ich nicht. Gut. Äh, Werkzeug. Raum rein. Und. Oh. Na gut, dann muss ich hier Half-Steps wieder drüber legen, das ist ja jetzt kein Problem. Und bau hier. Oh nö, jetzt ist wieder ein Cleanstone weg. Ah. Hast du einen Fehler gemacht? Ach, jein. Leider ist der Drohnenraum zu hoch. Okay. Ich darf gar nicht so hoch gehen. Ich darf nur drei Blöcke nach oben, der ist mehr Blöcke natürlich. Ähm. Hm. Dann baue ich hier erstmal zu, obwohl das ist auch doof. Ne, pass auf, dann machen wir es anders. Wie geht der Raum zwar nur. Ja. Dann kommt hier eine Treppe hin. Hm. Da kommt dann die Treppe. Und hier. Könnten wir noch einen nach oben gehen. Also geht das auch noch klar. Ja, das ist auch in Ordnung. Dann muss der Raum da drüber nur auf jeden Fall Kabistonenboden haben. So in der Ba... Was geht denn mit dir, Stefan? Ich werde aggressiv hier gerade. Ja. Was los? Ist alles scheiße. Alles das ganze Leben ist scheiße, weißt du? Nein. Oh, jetzt habe ich auch nur noch sechs von denen, ey. Ah, da kann ich direkt... Dings mitnehmen. Boah, das ist doch sowas, sowas ist doch gemein. So. So muss das aber jetzt passen. Ja. Was ist denn das jetzt gerade für ein Lied? Moment, da muss ich mal kurz nachgucken. Das interessiert mich doch mal. Ah, okay, okay, okay. Das ist... Das kennt keiner. Das ist nur das Spiel. So. Dann baue ich nämlich hier oben... Was baue ich denn hier oben? Weißt du das schon? Ja. Was denn? Ähm, ich weiß leider nicht, wo du bist. Und warum sagst du dann ja? Ach so. Ich komme mal wieder zu dir hoch, ne? Mach, was du willst. Ach so, ja, stimmt. Ich kann ja mal... Ja, stimmt, warte, ich komme runter. Bleib unten. Ich soll unten bleiben. Aber ich muss sowieso nach oben. Ich muss mal ein bisschen mein Inventar leeren. Ich habe keinen Platz mehr für irgendwas. Ja, bleib erstmal unten. Ich bleibe unten. Das wäre, dass ich mal gucke, wie das passt. Vielleicht mache ich einen Fahrstuhl nach unten in Form von Wasser. Also ich unten ein Wasserbecken mache und einfach so eine Röhre nach unten. Ne? Boah, das ist aber auch schon wieder sehr lang, ne? Ja. Oh, Höhle? Ne, das sind alles Gravel-Vorkommen, die ich ausgeschlachtet habe. Okay, Achtung, Achtung, Achen Jens, bin ich gespannt. Hier ist das Haus. Der Eingang des Hauses. Okay. Und hier ist perfekt. Ja, klar. Dann müsst ihr nämlich... Hm? Tja. Weiß leider nicht, wie wir das jetzt hinkriegen. Ja, ich muss mich... Ja, wie machen wir das denn am besten? Ich weiß nicht. Ich... Ah, Gott, oh Gott. Eigentlich müsste ich ja wieder mit der Tür... Äh, mit der Tür... Äh, mit... Mein Gott. Mit der Treppe vom Haus müsste ich ja wieder runtergehen. Ja, dann geh doch mal. Dann geh doch mal. Lass uns doch ins Haus gehen und von da aus runtergraben. Ja, machen wir erstmal was anderes. Was willst du denn machen? Ja, erstmal deine Truhen leeren und da oben den Raum bauen, den ich jetzt noch bauen will. Weil so viel Zeit haben wir gar nicht mehr. Ja, das stimmt. Und wir springen hier die ganze Zeit ineinander. Tun wir das. Siehst du das nicht? Ne, ich guck ja nach vorne. Ja, ich auch. Ja, aber du bist doch hinter mir. Ne, ich fahr genau... Ich bin immer genau in... Also ich seh dich nicht. ...deiner Position drin. Ich guck grad mal auf deinem Bildschirm. Jetzt nicht mehr. Ne, doch. Was, doch? Ich hab grad auf deinem Bildschirm geguckt. Ja, aber ich mein, jetzt laufen wir nicht mehr auf der gleichen Position. Ja, ist mir doch egal. Boom. Ich hör's doch schon. So. Ja, räum du mal deine Truhen da. Aus. Hochzeit, wann geben Äpfel denn zwei, Kollen? Ich dachte, die geben anderthalb. Okay, das passt doch. Huiuiuiui. Okay, so. Denn hier oben möchte ich dann, das hatte ich ja schon mal gesagt, möchte ich dann den Raum mit, ähm, oder für die Öfen machen. Geile Sache, ne? Ja. Aber wie baue ich denn am besten? Wie weit, wie viele Öfen brauche ich denn überhaupt? Eigentlich gar nicht so viele. Wieso brauche ich den Raum auch nicht so riesig bauen? Ich würde aber schon sagen, dass du so zehn... Ja. Ich möchte die auch ein bisschen sortieren, dass ich so sagen kann, hier das und da das. Oh, hier ist noch mehr Gravel. Wo war denn Kies? Kies ist jetzt in einer anderen Truhe. Wo weiß ich nicht mehr. Na? Ach da. Ja, ich würde sagen, also du musst, äh, erstmal nicht mehr auf Kies farmen gehen. Ja, ich glaube auch. Weil du hast jetzt, äh, zehn, zehn Stacks und nochmal elf dazu. Also elf einzelne. Mhm. Kannst du das mal einsortieren, hier, was ich die da hinschmeiße? So. Dann baue ich mir nämlich schon mal ein paar Half-Steps wieder. Dumm, 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 dumm. Das Lied kommt so oft, das ist eklig, echt. Alter, du hast über einen Stack von Stone. Redstone. Was willst du denn damit? Ja, ich bitte dich. Ich möchte in dem Let's Play schon ein bisschen mehr mit Redstone machen eigentlich. Ich sagte Flintstone. Ach, Flintstone. Ne? Ich habe Redstone verstanden. Ne, ne, ja, Redstone kann man immer gebrauchen, wie ich finde. Ja, eben. Deswegen ja. Ne, Flintstone ist total sinnlos leider. Ja, ist es auch. Ich finde, ich finde, man bekommt es viel zu häufig dafür, dass man das so wenig braucht. Ja. Wo hast du dein ganzes Holz? In der Holzkiste. Was ist die denn? Die ist, wenn du reinkommst, links irgendwo. Ach, da. Ah, okay. Und oben noch nicht bearbeitetes Holz und unten dann bearbeitetes. Okay. Und so Zaun und so? Ah, ja, okay, gut. Ah, aber hier könnte ich die ja dann direkt. Hm. Zwei. Äh, vier meine ich. So. Dann mache ich immer sechs. Aha, Stefan, okay. Oder immer vier. Vier. Leer. Vier. Ja, ich habe eine Idee für den Raum hier. Alles gut, das wird prächtig. Leider sind wir gleich schon wieder voll mit unserer halben Stunde, aber so ein bisschen ist noch. Ja, wo bist du? Ach, hier oben, okay. Möchtest du mir helfen, uns noch was ausheben? Hm, jein. Ich bin mir gerade selbst noch nicht so ganz sicher. Hm, oh, da war das Lied auf einmal weg. Du kannst schon mal ein paar Öfen bauen. Ja. Vier, acht, zwölf, sechzehn, zwanzig. Boah, das werden aber viele. Ja, wie viele denn? Vier, acht, zwölf, sechzehn, zwanzig, zwanzig. Boah, ja, weiß ich nicht. Mach mal ein paar. Mach mal einen Haufen. Mach mal einen Stick. Mach mal einen Stick Öfen. Was? Dann kommen wir hier nicht mehr hoch, ne? Ah, das testen wir mal. Ne. Schade, okay. So. Ja, so gerade. So, ich gebe dir die Öfen mal. Mach das. Warte. Hier. Kannst du die einsetzen schon. Ich denke, du siehst, wo die hin müssen. Ja, ich habe die DS gerade gegeben. Ach so, okay. Ja, die reichen. Ja? Ja. Okay, gut. Oh, Stefan hat sich verbaut. Moment. Ah, ne, Stefan hat sich nicht verbaut. Stefan wollte es ja anders machen. Das ist jetzt die Frage im Prinzip. Boah, das werden nicht viele dann, ne? Ja, und? Ja, aber so viele brauche ich gar nicht. Ja, dann hast du auf jeden Fall genug. Ist egal eigentlich. Eigentlich ist es egal, ne? Man kann ja ein bisschen protzen. Richtig. Ich würde aber vorschlagen, dass du oben noch eins in die Höhe gehst, weil... Kann ich nicht. Wieso? Weil ich dann in der nächsten Etage bin. Was ist denn da oben noch? Nichts. Jedenfalls noch nichts. Aber das kann sich ja noch schnell ändern, ne? Wir haben jetzt auch hier so einen Raum gebaut. Ja, aber du hast ja erst zwei Etagen da drüber wieder einen Raum. Hä? Du hast ja erst zwei Etagen da drüber wieder einen Raum. Na klar. Nein. Ich kann nur in die eine Richtung mit den Räumen gehen. Ja, aber, ähm, die... Direkt da drüber ist ja kein Raum. Doch. Guck doch mal hier. Hä? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ich bin hier. Hallo. Da. Da drüber ist noch kein Raum, das stimmt. Ja. Aber eins, zwei, und hier käme dann der Raum hin. Ja, was willst du denn da für einen Raum hin machen? Das weiß ich noch nicht, aber da kann noch einer hin. Ja, aber das sieht doch total doof aus, wenn jetzt, ne, die... Wenn das jetzt nur drei breit ist, unten haben die Platz und oben nicht. Ja, das liegt daran, dass der Truhenraum generell höher ist. Ja, ja, okay. Also, das ist ja deine Entscheidung im Endeffekt. Richtig. Und ich finde, der Ofenraum kann ruhig schmal sein. Okay. Weil Ofen da... Ofen ist sowieso eigentlich immer im Keller, so, weißt du, da sitzen die Menschen, die müssen da in so einem kleinen Raum schweißtreibend arbeiten. Ich mache immer ein paar Fackeln hin. Oh, Kohle. Mach das, genau. Jetzt haben wir ja gerade so groovy Musik. Kannst du die Wand hier noch rausreißen, wo ich gerade bin? Ja. Das ist echt angenehm, dass man sieht, was der andere abbaut. Ja, ne? Ja. Soll ich dir... Was? Soll ich dir hier die Wand auch abreißen? Ja, ne? Ja, warte. Ja, genau so weit. Ja. Oh. Schade. Die können keine Öfen. Ach so, weil da... Aber ist doch nicht schlimm, dann kann man hier was anderes vorstellen, kann man da, weiß ich nicht... Bilder hintun oder so. Ja. Bilder, natürlich. Ja, klar. Gut, die Kohle übersehe ich jetzt einfach mal gekonnt. Huch. Ach so, ich weiß, was das war. Aber, äh, ja, das ignorieren wir jetzt mal kurz. Okay. Ähm, wir müssen nämlich gleich essen gehen. Okay. Essen. Ups, Allah. Was hab ich denn gesagt? Nee, 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 nee. Nee, was machst du? Was tust du? Nicht das machen. Hör auf damit. Okay, okay. Ich hör auf, ich hör auf, ich hör auf. Ups. So, protz, protz, protz. Ja, ich würd sagen, du hast auf jeden Fall genug. Ja. Jetzt ist die Frage, ob man hier die Ecke dann ganz weglässt. Nee, ich würd hier die vier, wo ich jetzt hier gerade dran stelle, rausreißen. Und die lieber hier so hin, dann hast du es nämlich wenigstens symmetrisch. Dann kannst du das symmetrisch aufbauen. Du meinst die hier weg? Ja, genau. Hä, mit welcher... Wie lange brauchen die denn? Ziemlich lange, ne? Ja, eben schon. Ja, stimmt. Dann brauch ich die... Einfach die Wand ist dann ein bisschen kahler. So. Kahler Kolumna. So. Oh, ihr kennt das denn heutzutage eigentlich noch. Boah, das muss man noch kennen. Ernsthaft. Eigentlich muss man das echt kennen. So. Ja. Hier nochmal ein paar Fackeln. Ein paar Fackelschirmen. Ein paar Fackelschirmen. 24, 28, oder? 1, 2, 3, 4, 7, 7 mal 4, 28. Ja, das ist das. So, wir könnten jetzt noch... Hier sind wir dann genau. Hier sind wir in der nächsten Etage dann. Ja. Das einzige, was wir jetzt machen könnten, wäre... Bist du noch da, hallo? Hier mit Half-Steps zu arbeiten. Und wenn du die oben anbringst, hast du hier auch noch einen mehr Platz. Richtig. So. Weil dann passt das nämlich auch besser von hier. Dann sieht das nämlich so aus, als ob das so muss. Ja, das meinte ich noch vorhin. Ach, Quatsch. Ja, doch. Nein, niemand. Ja, klar. Lügner. Lügner. Nein. Lügen. Soll ich das noch schnell machen? Soll wir das noch schnell machen? Ja, ja. Deswegen mache ich es ja gerade. Okay. Lügentuße, das bitte. Bitte? Lügentuße, das bitte. Boah, meine Eisen... Meine Diamantenspitzhacke ist gleich Schrott. Ja, den benutzt ihr doch nicht. Ja, leider. Ja, eigentlich sollte ich das wirklich nicht tun. Ah ja, ich habe ja ein paar Diamanten noch. Na. So. Was ist das denn da? Mach ich mal weg. Hier fehlt auch noch. Ist das überall? Ja. Und dann einfach an die Decke. Half-Steps. Klatsch, 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 klatsch. Hast du Half-Steps? Ne, habe ich nicht. Hier. Hast du? Ja. Ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr anfangen. Ja, ich bin mit dem Laptop nicht so schnell. Oh, das wird aber dunkel. Ist das bei dir auch so? Ja. Ja, aber ich glaube, das ist, das kommt dann, wenn die Lichtberechnung wieder nochmal neu generiert wird oder so. Ja, das ist Minecraft halt, ne? Ja. Ja, wir gucken mal. So, da, das ist der Thronraum. Boah, ist doch gar nicht schlecht geworden. Der Ofenraum. Der Ofenraum. Gefällt mir. Ja, wir haben viel geschafft. Richtig. Und weiter geht's dann in der nächsten Aufnahme. Vielleicht mit Julius wieder. Vielleicht auch nicht. Man wird's sehen. Genau, wir werden's sehen. Und, äh, ja, wir sehen uns dann. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Ciao.